Hallo zusammen, heute mal einen schönen guten Abend, weil wir starten ja heute um 0 Uhr mit unserer neuen Aktion, die glorreichen 10. Ihr kennt es vielleicht von letzter Woche, ich stelle euch ein Gerät vor und den Rest seht ihr bitte auf unserer Internetseite, da haben wir die als Angebote gekennzeichnet. Heute zeige ich euch den Panasonic TX58JXW 854 für nur 399 Euro, ihr habt richtig gehört, 399 Euro für ein Full-Ultra-HD-Gerät mit USB-Recording, mit digitalem Kabel, terroristischem Satellitentuner. Alles WLAN, LAN-Anschluss, 3 HDMI-Anschlüsse, alles was das Herz begehrt, ist in diesem Gerät mit dabei. Und wie gesagt, für nur 399 Euro. Und für meine Lieblingskunden aus Aachen, hätte er ein größeres Auto mitgehabt, gestern hättet ihr den auch mitnehmen können. So und wieder zurück zu uns, das Angebot ist wieder nur gültig bis Sonntag um 23.59 Uhr. Da dann auch am Sonntag nur in unserem Internetshop. Ansonsten sind wir natürlich für euch gerne da, am Freitag und am Samstag und zeigen euch den dann auch gerne. Bis dann, tschüss!